ARD Text im Auftrag von Funk 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 Komm, Leute. Komm. Mmmmm. Einfach durchziehen. The fuck, Leute, gib mal... Oh Gott, die Sniper hat mich angerichtet. Frederic. Einer hat noch Loder drin. Gönn dir. Hast du das Skit bekommen? Wo lag ich bitte bei dir? Sekunde. Wir sind vielleicht eine längere Sekunde. Ich hatte auch eine gute Gelegenheit. Die wird sich nicht geben. Ich werde immer mehr da drin im Gang. Ja, das kannst du vergessen. Also wenn ich bei ihm im Gang liege, dann kannst du es vergessen. Ich hab noch zwei. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh, 4 AP. Ich hab echt noch zwei. Warte, ich werf dich. Nee, der Deckgang-Kid ist auf die Straße geflogen, glaube ich. Ja, das wird nichts. Verstehe ich gar nicht. Oh Gott. Nicht mit 4 AP. Das ist keine Boards-Sache. Oh mein Gott, es kommt wieder so viel in dem Gang. Das war mit der Limpet. Du kannst die ultime Slut machen hier in dem Gang. Naja, das war das. Oh Gott. Nur 190. Ich hab die, jaja. Echt gecleert. Wie hast du eigentlich den Raph überlebt? Mit 4 AP hab ich dann überlebt. Irgendwie. Fannst die Gläufe stehen da um die Ecke, weißt du? Und die geben alle Hardcamping. Ich war doch kurz um die Ecke. Also ich war nicht in dem Gang. Ja, ja, genau. Vielleicht ist das sozusagen mitten vor dem Gang. Was hat mich jetzt angezündet? Ah, die Spotting-Gläufe. Rechts im Gang ist irgendwas. Das ist ein guter alter Spotting-Gläufe. Spotting-Gläufe, ja. Geh mal. Der ist nicht schön beigerannt. Ich hasse diese Metall-Dinger. Der ist einfach straight von mir runter getroppt. Und mein Hipfire war total daneben. Das sind da viele um die Ecke. Der Arme. Das ist super. Tempree. Hä, wie? Das waren die hier? Ne, ne. Der ist aus der Tür gelaufen. Tempree ist down. Die wurden steppen noch und ich vielleicht. Ah, gegenüber an der Sniper. Tür frei, Achtung. Ich bin einfach einer Tüpfel vorbeigerannt. Und die ist unten. Oh Gott, ich bin fast jetzt vorher reingerannt. Okay. Das Haus hilft hier. Nein. Oben drin. Das ist noch. Das ist noch ein Haus gegenüber. Guck mal den hier. Das schiebt hier. Natürlich kommt jetzt einer nach hinten. Oh, mach den Körper. Ziemlich nach hinten wieder. Du willst nach meinem harten Körper rumlecken? Was? Hm, hart. Hm, Körper. Oh, guck mal. There is about one or two enemies. Alles klar. Good job, Dennis. You got fucked. Ich will nicht grad jeden Schuss. Holy shit. Ah, kannst du mich retten. Du bist auf mir. Ja, ich mag das. Ich mag das. Da war einer bei dir. Ja. Ich starb dem ersten, wenn ich ein instant knif. Ich flicke ich zusammen. Ich kann mal tauschen irgendwo. Ja, da vorne ist ein Stamper irgendwie. So ein ganzes Dach. Es bleiben schon mal ein paar Flares dahinten. Jetzt hab ich selbst gerade. Jetzt hab ich. Alles klar. Perfekt. Wollt ihr echt F machen, wo der Light Tank ist, anstatt nach hinten zu gehen? Äh. Nee, eigentlich nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Hinter mir queetscht das. Hinter mir queetscht das. Zuggeräusche. Zuggeräusche, Zuggeräusche. Oh, oh, oh. Das ist kein Zug, oder? Ich glaube, bei uns in dem Haus war ich. Warum geht der so hart auf mich? Ich dachte, du magst dafür hier. Ich muss ein B. Wir sollten weg. Oh mein Gott, der 2-1 ist okay auf der Runde. Oh, hallo hier von mir. Wollt mich bei der Charge? Okay. Oh mein Gott, der ist einfach reingelaufen in den Schuss, Frederik. Ich hab den Hinterring geschossen hab. Der Typ, der in die Ecke gerannt ist. Der hat er gegeben. Uh, warum bieten auch alle so viele? Keine Ahnung. Wenn du nicht vom Zug zwei mal crossen, das könnte schief gehen. Na, na. Easy AF. Reiner, reiner, reiner. Oh mein Gott, der Zug sieht mich. Okay, ich bin in der Link von 10. Na, wohin geh ich? Ich mag, wohin gehen wir. Links. Ich hab eigentlich eine freie Auswahl, ne? Okay. Ich hab auch ganze 6. Oh, ich hab noch 3. Oh Gott, die VW ist ein Cyper. Oh. Ein Bot, würdest du sagen. Ja. Oh mein Gott. Was will der Zug von mir? Warte, ich renne da jetzt hin, der holt mich auch noch. Ich sag's dir. Ich renne Richtung A. Oh, er hat auch das Haus geschossen, in dem ich grad noch drin war. Oh mein Gott, dieses Team ist so sinnvoll. Oh mein Gott, dieses Team ist so sinnvoll. Vorwärts. Erobert das Ziel dort. Jetzt, Alter. Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Ich hab endlich ein freundliches Dehitorium geschafft. Okay. Ich hab mal aufgerufen. Oh mein Gott. der zug habe ich einfach da ich bin tätig ja weißt du wie ich stehe ja oh mein komm schon an dieser schweißzug ich hab mich nicht gefickt aber nicht gebämmt doch der ist da gespawnt doch wieder einer da gespawnt oh mein Gott Gott ist noch einer gespawnt ich hab mich nicht direkt oh da steht ein Light Tank das war's von mir oh mein Gott hat die nicht getötet tja ich bin trapped bin trapped you fucking what ah das ist der Light Tank warum bitte rückwärts erreicht oh wo ist hier wo ist hier Gegner ich weinte euch doch mal ein bisschen ich kann mich mal jemand zusammenflicken ich hab keine Munition mehr oh mein Gott der Light Tank oh da sind zwei äh das hab ich vergessen zuvor Automatiko der Typ hab ich übersehen der Typ hab ich übersehen das ist ja auch nur du und nicht ich äh oh mein Gott Sentry oh die weiß nicht dass man so eine A-Drop gar nicht stehen schießen kann Gasgranate hat die Sentrys gepackt der Sentry hat 94 gehit der hat 23 gehit ja er ist tot sag doch ich geh die mit einer Gasgranate aber er hat nicht mehr mit dem Headline sogar oh aber ich will ah fuck oh da liegt ja Gas da hinten ist der Sorg der M1911 A1 45 ACP das ist in dem ersten Raum von da also von da hinten aus also von da bis wir von da aus bis wir die sind bis wir bisst bis bis Ich brauche mal die Tür und Beheilung! Die sind schon bei B hinten. Laserbeam. Oh Gott, der Zug laserbeamte. Oh mein Gott, der Zug laserbeamte schon wieder. Wie kann der mich da... Der schießt pumpt genau ins fucking Gebäude rein. Das ist einfach nicht normal. Mit deinem Glück schon. Ich werde tot sein. Und zwar 3 zu 1 ist tot. Peter war kein an dem Gang. Ich habe keinen Flammenwerfer entgegen. In dem anderen Haus oben. Nein, da war eine Schlipfeier. Das gibt's nicht. Oh mein Gott, der hat 1 HP. Aufpassen, die Sturmfeind hat. Hmm, Backcap Nation. Das wird unnötig. Das ist nicht möglich. Das Ziel war an der Oberfläche. Das Ziel war an der Oberfläche. Oh Gott. Das Ziel war an der Oberfläche. Oh Gott. Irgendwo ist in der Oberfläche. Irgendwo ist in der Oberfläche. Irgendwo nicht voran. Ich war von links vom B hat gesteckt. Ja, ich hatte auch gerecht, dass der Mann kommt. Oh Gott. Ziele erobern. Los doch. We have taken objective outlaws. Sturmsoldat. Wie viele Leute in dieser B. Oh mein Gott. Sturmsoldat in Sichtweite. Okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Binde Mercy los ist. Aber das ist einfach nicht normal, das Ding. Er liegt da rechts auf dem Boden. Ja, da liegt... Ne, ist nur mit ihm. Wenn du die gemeint hast, dann hasse ich mein Leben. Da liegen drei Leute rechts unten. Don't worry about it. Das ist halt so. Hmm. Nein. Nein. Okay, hab ich mir gar nicht dafür gehört. Wo? Er hat mich nicht. Diese beiden Red Shots, oder? Das ist echt. Das... Jetzt kann man nicht den Wort fassen, was die Leute machen. Na komm. Die ist hier mittelange gerannt. Da links ist einer gespawnte Lektik. Da links ist einer gespawnte Lektik. Links ist einer gespawnte. In der Finaltisch erst mal. Ja, auf C. 1, 2, 3. Wow. Warte, ich krieg dich doch. Oh, ich glaube, ich bin schon vorbeigehört. Woher bist du? Woher bist du? Das ist ein feindlicher Schloss, Alter. Okay. Ich bleib mal ein bisschen verletzt. Oh, okay. Okay. Bist du mit? Mach hier, Skid. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Jetzt kommst du nicht weg. Oh, nein. Einen Sniper ab. Einen Sniper. Mh. Sowas gibts. Einen Sniper. Einen einzigen Sniper. Einen einzigen Sniper. Sturmsoldat in Sichtweite. Moment, warte. Da bin ich nicht weg. Da bin ich ziemlich dämlich. Na, Juli. Was machst du denn da? Keine Ahnung, ob ich so fix hier richtig hart. Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig. Aber so richtig, richtig hart. Äh. Damn. Hahaha. Letzten beiden Tage die beiden Runden auf der Map. Äh. So krank. So voll normal, 96 zu 4 zu spielen. Die und die Runde gestern waren mit Abschirm die besten Runden, die es auf einem Jahr hatte. Dafür kommt jetzt Sniper um.